Alarm in New York. Serienmord wird als Geschäft betrieben. Was wollen Sie? Ein neuer Auftrag für den weltberühmten FBI-Mann. Jerry Cotton. Fall Nummer 7. Der Tod im Roten Jaguar. In all den Städten hier sind in der letzten Zeit Menschen umgebracht worden. Allein sieben in San Francisco. Es geht um Mord auf Bestellung. So mein Junge, jetzt spuck aus. Wer bezahlt dich? Lohnt sich das Geschäft und von wem kriegst du die Aufträge? Einer hat dem anderen den Tipp gegeben, wie man sich gegen mäßige Gebühren seiner Frau oder seinen Prokuristen vom Hals schaffen kann. Sie haben kein Recht, mich wie einem Verbrecher zu verhören, ehe Sie nicht bewiesen haben, dass ich einer bin. Das nächste Opfer ist schon ausgewählt. Jedes Risiko ist kalkuliert. Das Mördersyndikat arbeitet perfekt. Ich werde es Ihnen sagen. Sie haben Auftrag gegeben, Ihre Frau zu ermorden. Das ist eine Lusche, Baxter. Cotton hängt unter dem Wagen. Jerry Cotton ist Jäger und Gejagter zugleich. Ein Experte für dramatische Hochspannung liefert ein neues Meisterwerk. Moment, mein Freund. FBI. Der Tod im Roten Jaguar. Ein neues, atemberaubendes Abenteuer mit Weltklassebesetzung. Jerry wagt ein gefährliches Spiel. Er lässt einen Mörder bestellen. Für sich selbst. Du kannst alles von mir verlangen. Aber das nicht. Es ist ein Wettlauf mit dem Tode. Geister, leg dich um! Ich soll deinen Mörder bestellen? Bist du denn wahnsinnig? Jerry geht bewusst in die Falle. Das Spiel wird bitter ernst. Ich habe Angst. Hinter jeder Tür lauert der Tod. Interessanter Typ. Sehr interessant. Würden Sie aus dem Gesicht lesen können, dass er ein Mörder ist? Jeder Mensch ist ein Mörder. Die Mörder sind überall. Aber wo steckt der Chef dieser eiskalten Bande? Sie haben es aber verflixt eilig. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Jerry Cotton garantiert Ihnen Spannung nach Maß. Und echte Überraschungen in seinem neuen Film Der Tod im roten Jaguar. Na, großer Meister. Ich grüße dich, Phil. Bist du mit dem Jaguar gekommen? Ohne Jaguar fühlst du dich wohl wie Barfuß, was? Ja, spiel da nackt. Jerry Cotton erwartet Sie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020